Trumps erneute Anklage Wurde etwa wieder einmal ein Boomerang geworfen? Ein Beitrag von Tagesereignis Eine erneute Anklage gegen Donald Trump, deren Begründung inzwischen öffentlich wurde, gibt erst einmal Anlass zur Entwarnung. Offenbar haben die Demokraten mal wieder nichts anderes in der Hand als ihre eigenen Vermutungen. Wenn es dennoch diesmal mit dem Brecheisen zu einer Verurteilung kommen sollte, dann wird die ihn nicht hindern, seinen Wahlkampf fortzuführen und sich zur Wahl zu stellen. Es sei angemerkt, dass man im linken Blätterwald dennoch gerade jubelt und munter mit dem Trump-Basing weitermacht und tatsächlich glaubt, dass sein politisches Ende naht. Fallen Sie nicht drauf herein. In diesem Schauspiel gibt es definitiv noch weitere Akte. Aber lediglich Seditious Conspiracy oder Insurrection, also Anstiftung zum Widerstand oder Aufstand, würden ihn aus dem Rennen holen, wenn es zu einer Verurteilung käme. Diese Punkte fehlen in der Klageschrift. Diesmal geht es um den 6. Januar 2021, dem Tag, der als Sturm auf das Kapitol in die Geschichte eingehen könnte, dem Tag, an dem Mike Pence, damals Vizepräsident, entschied, dass eine weitere Überprüfung der Wahl nicht nötig sei. Auch geht es um die Versuche, bis zum 20. Januar die Umstände um diese Wahl herum aufzuklären. Angeblich hat Trump sich dadurch in die Wahl 2020 eingemischt. Unter dem Stichwort Wahl 2020 finden Sie die Bemühungen zahlreicher Staaten und Einzelpersonen, Licht ins Dunkel dieser Wahl zu bringen. Wir haben damals dazu einiges zum 6. Januar geschrieben. Wenn Sie den entsprechenden Links, hier und hier, folgen, werden Sie sogar auf Antifa-Mitglieder treffen, die vor der Kamera erklärt haben, dass sie für den gewaltsamen Einbruch ins Kapitolgebäude bezahlt wurden. Allein schon deshalb sollte die Anklage verworfen werden, denn Trump wird diese Leute nicht angeheuert haben. Dass sie eine ähnliche Anklage im zweiten Impeachment bereits einmal verloren, können die Demokraten doch nicht vergessen haben. Dort wurde bekannt. Unter den ersten Verhafteten für den Sturm auf das Kapitol befand sich der Anführer der Antifa. Er wurde kurze Zeit später wieder entlassen. So ist das alles mal nur als Ablenkung zu sehen. Den Beweis dazu lieferte ein Twitter-User. Das FBI veröffentlicht Dokumente an den Kongress, in denen behauptet wird, dass die Bidens 10 Millionen Dollar Bestechungsgeld aus Birma angenommen haben. Jack Smith klagt Trump im Fall der Mar-a-Lago-Dokumente an. Hunter Biden geht vor Gericht und lehnt einen Vergleich ab, nachdem bekannt wurde, dass das Justizministerium versucht hat, ihm pauschal Immunität vor zukünftigen Strafverfolgungen zu gewähren. 27. Juli Jack Smith erhebt weitere Anklage gegen Trump im Fall Mar-a-Lago. 31. Juli Hunter Bidens ehemaliger Geschäftspartner sagt vor dem Kongress aus, dass Joe Biden über 20 Telefonate mit den Geschäftspartnern seines Sohnes geführt hat und dass die Führungskräfte von Burisma sie unter Druck gesetzt haben, den Staatsanwalt zu feuern. 1. August Jack Smith erhebt erneut Anklage gegen Trump für den 6. Januar. Es sind alle Anklagen, die vor allen Dingen den Zweck verfolgen, den eigenen Namen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und mit etwas Glück den ungeliebten Gegner, Trump, zu diskreditieren. Tatsächlich führen solche Aktionen stattdessen dazu, dass immer mehr Amerikaner sich von der Biden-Administration abwenden und Trump neue Wähler gewinnt. Hier ist der volle Text der Klageschrift zum Corpus Delicti des 1. August, der Sache also, die diese sicherlich von langer Hand vorbereitete Klage gegen Donald Trump auslöste und die man offenbar unbedingt unter dem bereits übervollen Teppich halten möchte, gibt es demnächst einen weiteren Beitrag. Rückblick Einige frühere Belege zum 6. Januar 2021 zeigen, dass es hier viele Ungereimtheiten gibt, die sich mit den erneuten Beschuldigungen der Demokraten nicht decken. Dass Donald Trump mit der Gewalt des 6. Januar 2021 nichts zu tun hat, bewies zuletzt ein Zusammenschnitt von Tucker Carlson, der von Kevin McCarthy, dem damals neuen Sprecher des Hauses, die Aufzeichnungen der auf dem Gelände des Kongresses installierten Kameras erhalten und ausgewertet hatte. Trumps Aufruf, sich friedlich zu verhalten, wurde von Twitter gelöscht. Musk hatte ihn nach der Übernahme von Twitter kurz veröffentlicht und dann dennoch wieder vom Netz genommen. Hier ist die Übersetzung, das Video dazu ist im Textbeitrag anzusehen. Übersetzung Ich kenne euren Schmerz. Ich weiß, dass ihr verletzt seid. Wir hatten eine Wahl, die uns gestohlen wurde. Es war eine erdrutschartige Wahl und jeder weiß das, besonders die andere Seite, aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir müssen Frieden haben. Wir müssen Recht und Ordnung haben. Wir müssen die großartigen Menschen von Recht und Ordnung respektieren. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Es gab noch nie eine Zeit wie diese, wo so etwas passiert ist, wo sie es uns allen wegnehmen konnten, mir, euch, unserem Land, dies war eine betrügerische Wahl, aber wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir müssen Frieden haben. Also geht nach Hause. Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Ihr habt gesehen, was passiert. Ihr seht, wie andere behandelt werden, die so schlecht und so böse sind. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Aber geht nach Hause und geht in Frieden nach Hause. Ende der Übersetzung Auch in seiner vorangegangenen Rede sprach er davon, friedlich zu bleiben. Den Clip dazu gibt es im Textbeitrag. Zwei Rohrbomben, von denen Senatoren bereits im Dezember 2020 vermuteten, dass Nancy Pelosi davon gewusst haben könnte, wurden am Vorabend installiert. Es konnte also nicht Trumps Rede gewesen sein. Dies ist nur eine kleine Auswahl von Material, das nachweist, dass Trump nicht wünschte, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommen würde, deren Ursache ebenfalls noch aufgeklärt werden sollte, denn noch sitzen viele Menschen im Gefängnis, die lediglich friedlich demonstrierten, deren Identität aber erkannt wurde. Frühere Untersuchungsergebnisse durch republikanische Senatoren werfen aufgrund der Timeline und der Vermutung, dass die Erstürmung des Kongresses eventuell von langer Hand von ganz anderer Seite geplant worden sein könnte, immer noch viele Fragen auf. Donald Trumps Wahlkampagne hat auf die erneute Anklage inzwischen geantwortet. Übersetzung Dies ist nichts weiter als das jüngste korrupte Kapitel im fortgesetzten erbärmlichen Versuch der beiden Verbrecherfamilie und ihres bewaffneten Justizministeriums, sich in die Präsidentschaftswahlen 2024 einzumischen, bei denen Präsident Trump der unangefochtene Spitzenkandidat ist und mit großem Vorsprung führt. Aber warum haben sie zweieinhalb Jahre gewartet, um diese gefälschten Anklagen zu erheben, mitten in Präsident Trumps siegreicher Kampagne für 2024? Warum wurde sie einen Tag nach dem großen Skandal um den korrupten Joe Biden in den Hallen des Kongresses bekannt gegeben? Die Antwort lautet, Wahlbeeinflussung Die Gesetzlosigkeit dieser Verfolgungen von Präsident Trump und seinen Anhängern erinnert an das Nazi-Deutschland der 1930er Jahre, die ehemalige Sowjetunion und andere autoritäre, diktatorische Regime. Präsident Trump hat sich immer an das Gesetz und die Verfassung gehalten und wurde dabei von vielen hochqualifizierten Anwälten beraten. Diese unamerikanischen Hexenjagden werden scheitern und Präsident Trump wird wieder ins Weiße Haus gewählt werden, damit er unser Land vor dem Missbrauch, der Inkompetenz und der Korruption retten kann, die unser Land in nie gekanntem Ausmaß durchziehen. Vor drei Jahren hatten wir starke Grenzen, Energieunabhängigkeit, keine Inflation und eine großartige Wirtschaft. Heute sind wir eine Nation im Niedergang. Präsident Trump wird sich von schändlichen und beispiellosen politischen Angriffen nicht abschrecken lassen. Diese Anklagen werden scheitern. Vielleicht nicht vor dem ersten Gericht, aber vor dem letzten. Den Anklagen fehlt, und das sagen nicht nur Trumps Anwälte, die Basis. Stattdessen wird Trump nun hoffentlich die Möglichkeit haben, dem Gericht vorzuweisen, was während diesen landesweiten, sowohl von Politikern als auch von Privatleuten initiierten Untersuchungen in diese Wahl tatsächlich herausgekommen ist. Außerhalb der Hardcore-Blase beginnen sich inzwischen auch etliche Demokraten zu wundern und bedauern ihre letzte Wahl sogar öffentlich, wie der Hollywood-Regisseur Oliver Stone, der nun Angst vor dem Dritten Weltkrieg hat und seine einstige Zustimmung zur Bidens Präsidentschaft am liebsten zurückziehen würde. Er ist nicht der Einzige. Tatsächlich wird es bereits heller in dieser Welt, denn immer mehr Menschen bemerken, dass etwas nicht stimmt und der persönliche Widerstand wird immer stärker, je mehr Ungereimtheiten erlebt werden. Der Widerspruch, dass Joe Biden als Vizepräsident und Senator versiegelte Dokumente, die er gar nicht erst hätte mitnehmen dürfen, bis heute an verstreuten und teilweise öffentlichen Orten lagerte, und Trump, der seine als Präsident mitnehmen dürfte, nun dafür angeklagt wird, ist bei vielen Amerikanern inzwischen angekommen. Immer mehr Menschen sehen den Bias in der Politik und der Justiz. Das ist nicht die Welt, die sie sich wünschen. Menschen gehen in Opposition, die das vorher noch nie getan haben, denn sie wollen die Richtung ändern. Und neu ist, dass sie es friedlich tun. Es gibt keine Revolution, schon gar nicht eine von fremder Hand instrumentalisierte. Das ist so neu, dass diejenigen, die dabei immer die Finger im Spiel hatten, wahrscheinlich vor einem großen Rätsel stehen. Aber es ist ganz einfach, wir leben nicht mehr in dieser alten Energie. Die letzten 20 Jahre und mehr haben uns gewaltige Energieschübe gegeben, die gehalten werden. Es sind die großen Ereignisse der Weltgeschichte, die das bewirkten, denn die Menschen haben darauf entsprechend reagiert. Wer spürte diese enorme Energie, ein Gemisch aus Trauer, Mitgefühl und Liebe, beim Tod von Diana und insbesondere bei der Beerdigung, die über Stunden hinweg übertragen wurde? Wer spürte nicht nur Entsetzen, sondern auch Mitgefühl, als die Zwillingstürme zusammenstürzten und Menschen aus dem Fenster sprangen? Wer umarmt in Liebe die vielen Kranken und Behinderten der heutigen Zeit? Wessen Herz öffnet sich beim Anblick eines kleinen, unschuldigen Kindes voller Liebe? Wer empfindet Frieden und Freude draußen in der Natur? Wer empfindet Freude und Dankbarkeit dafür, dass er eine schwere Krankheit überwunden hat, oder dafür, dass er trotz einer schweren Erkrankung immer noch leben darf und es ihm vielleicht sogar besser geht? Freude, Dankbarkeit, Mitgefühl, Liebe. All das sind Energien, die diese Welt heilen. Deshalb muss es viele Menschen geben, die hier, in sich, all das finden und weitergeben, indem sie es fühlen und erleben. In einer neuen Zeit werden die alten, negativen Energien keinen Bestand mehr haben. Denn da wo Frieden ist, gibt es keinen Krieg, wo der Mensch frei ist, gibt es keine Unterdrückung, und wo Gerechtigkeit herrscht, dort gibt es ein System, das dafür sorgt, dass niemand ungerecht behandelt wird. Der Wandel beginnt jetzt. Mit jedem Einzelnen. Niemand tut es für uns. Das müssen wir selbst erledigen. Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, gerechtes Handeln, wie immer man es nennen mag, ist einer der Grundpfeiler für Frieden und Freiheit. Hier können wir alle beginnen. Eine Leseempfehlung Das Buch »Nur mit dem Herzen sieht man gut« wurde für genau diese Zeit geschrieben, um diesen kommenden Bewusstseinssprung zu unterstützen und auch zu erklären, was sich dabei für jeden Einzelnen ändern könnte. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Vorbereitung für das, was kommen wird und wird von jenen verstanden, die bereit dafür sind, den Weg zu gehen. Einige Rezensionen Buchstäblich hunderte spirituelle Bücher habe ich schon gelesen, aber dieses ist anders. Der Autorin gelingt das Kunststück, spirituellen Ernst und Eindringlichkeit mit Sanftheit und Güte zu verbinden, sodass ein fast symphonischer, erzählender Sprachstrom entsteht, der mich auf einer Woge der hellen Bewusstheit trägt. Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Moment der Stagnation, wenn es nicht mehr weitergeht. Dieses Buch zeigt, wie man selbst weiterkommen kann und wie man selbst die eigenen Blockaden beseitigt. Das hochaktuelle Buch versteht sich als Leuchtturm in unserer bewegten Zeit, in dem die Dunkelheit scheinbar die Überhand gewinnt aber eben nur scheinbar, denn die vereinte Kraft all derer, die an sich arbeiten und sich mit ganzem Herzen dem Licht zuwenden, wird ganz sicher siegen. Ich wünsche diesem Juwel an Authentizität und Aufrüttelungspotenzial gerade in dieser Zeit eine große Schar an lichtbereiten Menschen. Hier oder hier können sie es erwerben. In eigener Sache. Ich bin derzeit aufgrund eines früheren Unfalls, was das Schreiben betrifft, sehr eingeschränkt und habe erst Mitte August einen Termin beim Orthopäden. Aufgrund der angespannten politischen Lage versuche ich nun trotzdem einige Beiträge und versuche vor allen Dingen, nach nun acht Jahren USA-Berichterstattung, meine persönliche Einschätzung dazu zu geben. Wenn sie mich weiterhin unterstützen möchten, dann würde ich mich freuen. Diejenigen, die das nicht mehr können, können mich dennoch unterstützen, indem sie meine Beiträge verlinken. Alle anderen finden hier Unterstützungsmöglichkeiten. Danke und vielen herzlichen Dank!